Leon Content hatte letzte Woche eigentlich einen schönen Abend mit Freunden. Anschließend wurde er allerdings von einer Gruppe blöd angemacht und sogar geschlagen. Natürlich hat er Anzeige erstattet. Ich habe gesehen, ich habe ein blaues Auge. Und ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen mehr dazu, weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Und das sollte man ansprechen. Haben wir ein Taxi bestellt, stand an Anwaltsstraße und mussten auf das Taxi warten. Das Taxi hat natürlich irgendwie 5-6 Minuten gedauert. In der Zeit kamen die, standen dann vor uns und haben uns dauerhaft beleidigt. Der eine wollte der Freunde an den Arsch fassen. Zu mir haben die die ganze Zeit irgendwelche homophoben Aussagen gemacht. Dann kam unser Taxi. Es sind alle eingestiegen. Ich bin als letztes eingestiegen. Bis dann, die angefangen haben, uns anzuspucken. Dann hat er mir mit seinem Fuß in die Sake getreten. Und ich habe mich dann als Reflex mit meinem Kopf so mäßig umgedreht, weil ich mich einfach erschrocken hatte. Und dann hat er mir mit seiner Faust ins Auge geschlagen. Natürlich erst, wo ich mit dem Rücken zu ihm stand. Ich hätte nicht mal was machen können. Ich hätte nicht mal ausweichen können. Und dass man das in der Person antut, nur weil man sie irgendwie kennt oder die Sexualität nicht unterstützt. Wenn ihr eine Person nicht leiden könnt, dann lasst sie doch einfach in Ruhe.